Wir sehen es nicht, aber es sind alle Gefangenen in diesen seltsamen, sich wiederhauenden Loops. Milliarden Menschen leben einfach vor sich hin und haben keine Ahnung. Jetzt ist der Moment, um uns zu zeigen, was real ist. Das kommt mir vertraut vor. Das ist wie ein Déjà-vu. Und irgendwie doch alles falsch. Vielleicht gehen wir von der falschen Story aus. Du hattest gute Lehre. Sie ließen dich glauben, ihre Welt sei die einzige, die du verdienst. Aber etwas in dir wusste, das ist gelungen. Etwas in dir wusste, was real ist. Man vergisst so leicht, was die Matrix und sein Lärm in den Kopf pumpt. Denselben Lärm verursacht auch etwas anderes. Krieg. Was wird aus Neo? Mr. Anderson! Jetzt wird die wichtigste Entscheidung in Neos Leben nicht von ihm getroffen. Sie hat an mich geglaubt. Und darum glaube ich jetzt an sie. Ein Teil in mir sagt, dass ich mein ganzes Leben schon auf dich warte. Wenn du Trinity wiedersehen willst, geh von sie! Neo! Trinity! Genau das habe ich in meinem Traum gesehen. Mein Traum hat hier geendet. Ich kann immer noch Kung Fu. Ten. Ich kann immer noches erodingen. Da! three!